In der heutigen XXL-News-Ausgabe habe ich folgende Themen für euch. Red Bull und AlphaTauri mit Speziallackierungen in Istanbul. Großbritannien streicht Brasilien und Mexiko von der Roten Liste. Alpine wiederholt Pirelli-Test. IndyCar und Nesca fahren auch auf der Miami-Rennstrecke. Suh angeblich nicht mehr Favorit auf das zweite Alpha-Cockpit. Kehrt die Formel 1 nach Las Vegas zurück. Red Bull und Honda arbeiten in Zukunft zusammen. Positiver Corona-Test beim Medical Car Team. Hallo Formel 1-Fans und willkommen zu den News. Red Bull und das Schwester-Team AlphaTauri werden dieses Wochenende beim Türkei-Gombré in einer anderen Lackierung an den Start gehen. Bei AlphaTauri ist nicht viel zu erkennen, bei Red Bull dafür mehr. Das hat etwas mit der Hommage an den Motorenhersteller Honda zu tun. Eigentlich sollte dieses Wochenende der Japan-Gombré in Suzuka stattfinden, aber aufgrund von Covid-19 musste man den absagen. Von daher wollten sie diesen besonderen Moment an diesem Wochenende stattfinden lassen. Die weiße Farbe übrigens deshalb, weil es an den Honda RA272, das erste japanische Auto in der Formel 1 erinnert, als Richie Ginter beim Mexiko-Gombré 1965 siegte. AlphaTauri hat auf dem Heckflökel Arigato stehen, was übersetzt Danke bedeutet. Gefällt euch die weiße Lackierung des RB16B? Schreibt es in die Kommentare. Brasilien und Mexiko wurden von der roten Liste des Vereinigten Königreichs gestrichen, was die Reisen für die in Großbritannien ansässigen Formel-1-Teams für den Rest der Saison erheblich leichter machen wird. Aber die Frauenformelserie W-Series wird nicht in Mexiko fahren, die im Rahmenprogramm waren. Vor ein paar Wochen testete Alpine in Manicor die Regenreifen für 2022. Pirelli bestätigte, dass ein mechanisches Problem am Alpine dazu führte, dass der zweite Tag des geplanten Tests komplett gestrichen wurde. Deshalb wird der Reifentest mit Alpine am 18. Oktober in Polreca wiederholt. Miami möchte auf der neuen Rennstrecke rund um das Hard Rock Stadium nicht nur die Formel 1 fahren lassen, sondern auch Indica und Nesca, aber nur an Terminen nahe an der Formel 1 und bei verschiedenen Veranstaltungen. Übrigens hat David Beckham Interesse bekundet, sich an der Veranstaltung Mitte Mai zu beteiligen, doch wie diese Beteiligung aussehen soll, ist nicht bekannt. Wie der Schweizer Blick berichtet, will Guan Yu-Sus Team einen Drei-Jahres-Vertrag für ihren Fahrer und bieten dafür 25 Millionen Dollar, doch Teamchef Frédéric Vasseur ist davon nicht begeistert. Denn dann würde man Theo Pocher, Vasseurs Favorit für 2023, blockieren. Doch es gibt wohl eine Alternative, nämlich den Formel 2-Meisterschaftsführenden und Alpine Junior Oscar Piastri. 2020 hat er Pocher im letzten Rennen den Formel 3-Titel weggeschnappt. Der Plan seines Managers Mark Webber ist es, dass sich der 20-Jährige 2022 als Testfahrer bewähren und dann auf ein Cockpit für 2023 hoffen muss. Vasseur hat immer noch gute Beziehungen zu seinem alten Arbeitgeber Renault. Für Alfa Romeo, Piastri und Pocher wäre die Option am besten, für Giovinazzi und Su allerdings nicht. Was glaubt ihr? Für wen wird sich Alfa Romeo am Ende entscheiden? Schreibt es in die Kommentare. Stefano Dominicali verrät, dass die Formel 1 in den kommenden Jahren wahrscheinlich ein drittes Rennen in den USA in ihren Kalender aufnehmen wird. Das meist diskutierte Ziel ist Las Vegas und ein Straßenrennen auf der berühmtesten Straße der Stadt, dem Strip, zu veranstalten. Der CEO räumt ein, dass es angesichts des wachsenden Interesses an den Vereinigten Staaten möglich ist, in den nächsten Jahren ein weiteres Rennen in Amerika zu veranstalten. Das Sports Business Journal, welches Dominicali in einem Interview hatte, berichtet, dass die Formel 1 in Gesprächen mit Las Vegas steht, um ein Straßencompré auszurichten. Der Strip ist die berühmteste Straße in Las Vegas, die von Casino-Hotels mit allen möglichen Geschäften, Restaurants und Nachtclubs umgeben ist. Vor 39 Jahren fuhr die Formel 1 das letzte Mal dort, als Alan Jones den letzten Sieg holte und ein Jahr zuvor war es Michel Alboretto. Dominicali hat versprochen, den Kern der Formel 1 auf dem alten Kontinent zu belassen, doch es scheint so, dass Liberty Media neue Horizonte auslotet, um die Marke weltweit zu verbreiten. Der Kalender für 2022 sieht so aus, dass nur maximal 12 von möglichen 23 Rennen in Europa stattfinden werden. Was haltet ihr von einem möglichen dritten Grand Prix in den USA bzw. eine Rückkehr auf die Straßen in Las Vegas? Schreibt es in die Kommentare. Dass Honda die Formel 1 verlässt, weiß wohl jeder von euch. Aber sie verlassen nicht Red Bull, denn beide Parteien haben ihren Wunsch bekundet, gemeinsam weiterzumachen und sie werden dies mit einer neuen Vereinbarung tun. 2022 wird ein Übergangsjahr für Honda sein, bevor ein Jahr später die volle Kontrolle bei Red Bull Powertrains liegt. Viele Mitarbeiter von Honda Racing Development UK werden zu Red Bull Powertrains wechseln und auch außerhalb der Formel 1 werden die beiden Unternehmen bei Projekten zusammenarbeiten. Im Statement heißt es, in der Formel 1 wird Red Bull Powertrains ab 2022 das Recht haben, das geistige Eigentum von Honda in Bezug auf die Power Unit zu nutzen. Honda habe keine Absicht, in die Motorenentwicklung involviert zu bleiben und es gebe auch keine Anfrage. Es kommt auch zu einer Kooperation zwischen Red Bulls Junior Team und dem Honda Formula Dream Project. Sie wollen junge japanische Fahrer finden, die später in die Fußstapfen von Yuki Tsunoda treten sollten. Was haltet ihr von der weiteren Kooperation zwischen den beiden Firmen? Schreibt es in die Kommentare. Es gibt weitere positive Covid-19-Tests in der Formel 1. Dieses Mal hat es den Medical Car-Fahrer Alan van der Merwe und den Arzt Dr. Ian Roberts erwischt. Beide befinden sich in Isolation und sind nicht in Istanbul. Für dieses Wochenende hat man sich Verstärkung aus der Formel E geholt, denn Bruno Correa, der in der Formel E das Safety Car pilotiert, wird am Steuer des Medical Cars sitzen, während Dr. Bruno Fazizkini, der Rennarzt in der Formel E ist, Dr. Roberts vertritt. Apropos Safety Car, Ben Mailander hat es nicht erwischt und er wird vor Ort sein. Zum Schluss des Videos habe ich hier den Community-Kommentar für euch. Der kommt dieses Mal von Cobra11 Ferrari F1212 und er schreibt, Hast du auch von den Gerüchten aus 2015 gehört, dass die Formel 1 Autos irgendwann mit Gedanken gesteuert werden könnten? Das wäre echt furchtbar. Ich habe das mal nachgelesen, aber ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass so etwas wirklich in die Tat umgesetzt werden sollte. Wer aber mehr dazu lesen möchte, der Link zum Artikel von Ingenieur.de befindet sich in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und vergesst nicht auf Abonnieren zu drücken, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Video und ciao! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!